Mal gucken, ob das mit der heiligen Hand geht. Wir haben die Schuld. Alter, 19 Sekunden noch. Das wird nichts mehr. Das kann ich jetzt schon sehen. Ich kann gleich von vorne anfangen. Ne, ich kann gleich von vorne anfangen. Das wird nichts mehr. Viel zu viel Zeit am Anfang verloren. So ein Scheiß, Alter. Ich muss fünf Patienten in zehn Minuten retten. Das kann doch niemand schaffen. Wer soll denn das schaffen, bitte? Das kriegt noch nie mal Dr. House hin. Ja, wir haben zehn Minuten und ich darf fünf Patienten damit... Oh Gott, ich... ich möchte nicht mehr. Okay, einmal drain. Four seaps. Zusammen. Und mir tut meine Hand schon die ganze Zeit vom Nähen weh hier. Das ist ein Spiel, da kriegt man alles mit. Selbst den Schmerz in der Hand. So, einmal zumachen. Und jetzt wieder Gel draufpacken. Jetzt die nächsten zwei. Na komm, wo seid ihr? Na, wo ist der andere? Da. Laser, 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 Laser. Ich kriege voll Laser von dir. Komm schon. Hallo. Ich nähe doch... Meine Fresse, Alter. Ich kriege echt zu viel. Der wollte die Wunde nicht nähen. Ich habe jetzt schon wieder Zeit verplämpert wegen der Scheißwunde. Es dauert jetzt schon zu lange bei dem Ersten. Bitte beinahe, Doktor. Ist richtig. Er ist richtig. Ist mir scheißegal. Oh, da geht mir drauf. Ja, ich habe jetzt schon wieder zwei Minuten verplämpert. Was? Das war ideal. Wirst du mich verarschen? Das war einfach nur Rumgewirre. Aber von mir aus... Ja, ist richtig. So, das war die Nummer eins. Ich habe 18 Sekunden gespart. Meine Fresse. Bringt mir aber auch nichts. So, komm. Komm. Endspurt. Tempo, Tempo, Tempo. Na gut, was heißt Endspurt? Ich habe ja noch vier Patienten vor mir. So. Und ich muss auch noch aufpassen, dass wir die beiden nicht abkacken. Das ist immer ganz lustig hier. Die verlangen immer so viel von mir. Und das Spiel ist ab 12. Wie soll ein Zwölfjähriger das hinbekommen? Frag ich euch mal. Schreibst du doch gerne in die Kommentare. Das würde ich mal gerne wissen. Wie ihr denkt, wie ihr das ein Zwölfjähriger hinbekommen soll? Oh Gott. Ich kriege echt zu viel hier. Ich habe euch angepingt. Komm schon, komm schon, komm schon. Wo bist du? Wo bist du da? Komm, Vitalwerte hoch. So, jetzt kommt der. Erstmal die Wunden zu machen. Ihn ausschneiden. Lasern. Ich mach den jetzt tot, Alter. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Du kleines Missvieh. Ist mir kackegal. Das ist schön. So. 6 Minuten 40 habe ich noch. Schlecht. Ist mir kackegal. So. Komm mal das Geh rüber. Geh mir in die Rolle. Nächster Patient. 6 Minuten 32. Ob ich diesmal das schaffe, das ist knapp, glaube ich. Das wird diesmal richtig knapp. So, hier sind die Nächsten. Wir haben die Gefahr. Na komm. Den zweiten auch noch. Ja, spack mir hier weiter rum. Spack mir hier. Mitten in der Operation rum. Die Fernbedienung. Das liebe ich ja. Meine Fresse. Wo ist der? Jetzt schon wieder Zeit verplempert. So eine Kacke. Nochmal zwei. So. Den weg. Den auch weg. Wunden zunehmen. Und dann kommt der Big Boss. Jetzt hau das Ding ihn schneller rein. Meine Fresse. Es kann doch nicht sein, so eine Spritze in jemanden rein zu jagen. Das kann nicht so lange dauern. So. So. So, erstmal den Kleinen fertig gemacht. Das ist schon mal okay. Da ist der Fette. Oh Gott. Das wird schwer. Na komm. Und um. Ja. Das ist schön. Jetzt muss ich schnell einen bunten vernehmen. Sonst kackt er mir noch ab. Ich weiß. Und die. So. 4 Minuten 34 habe ich noch. Und ich habe noch zwei Patienten. Alter. Das ist ein Marathon. Das ist ein fucking Marathon. Marathon. So. Jetzt kommt der dicke Yukosuna. Hallo dicker Yukosuna. Dich fick ich mit dem Pushkick. So. Diesmal könnte ich es schaffen. Diesmal könnte ich es wirklich schaffen. Ich darf mich jetzt bloß nicht aus der Ruhe bringen lassen. So viel Kaffee. So viel Kaffee. So viel Kaffee. Huah. Scheiße. Fick dich. So. Ja. Das ist ja schön. Den fick ich jetzt auch. Und den fick ich richtig gut. So. Einmal schnell weg. Morphin reinhauen. Weiter mit Morphin. Grüne Salbe drauf. So. Antibiotische Salbe ist das, ne? Weiter wegficken. So. So. Geben wir ihn wieder weiter Morphin. Den dicken Yukosuna ficke ich mit einem Pushkick. Und danach ficke ich den anderen weg. Erstmal dich. Dann dich. Dich kriege ich weg, Alter. Du bist gleich tot. So. Und drei Minuten habe ich noch. Ja. Das kriege ich hin. Diesmal kriege ich das hin. Wenn er mir jetzt hier nicht abkackt. Drei Minuten habe ich noch. Das kriege ich hin diesmal. Das ist kein Problem. Ich kann es nicht fassen. Dr. Stiles ist ja unglaublich. Und ich habe noch kein einziges Mal die heilende Hand benutzt. Guck mal, Mädchen. Ich kann es auch so. Ja, schön. Jetzt in den Endspurt. Ja, guck mal. Ich kann doch noch was ganz anderes. Mäuschen. So. Oh, mir tut mein Handgelenk jetzt schon weh. Ich kriege gleich eine Nintendo-Verletzung wie bei Sheldon, Alter. Hallo. Gib mir den Drainer, genau. So. Einmal so. Einmal so. Gut, die ficke ich alle drei gleich auf einmal. So. Alle drei auf einmal weggefickt. Komm schon. So. Jetzt die Werte wieder hochpowern. Das wird... Ja, das wird was. Das ist gut. Dann haben wir die Mission auch abgeschlossen. Wenn zwar nicht mit einem guten Ergebnis, aber was soll's. So, das waren zwei. Ficke ich auch gleich beide weg. So. Und wieder Morphine hochhauen. Das ist eigentlich eine ganz gute Taktik, die ich mir gerade hier ausgesucht habe. So. Und jetzt kann ich die beide auf einen Schlag nehmen. So. Erstmal die beiden raus. Genau. Den auf einen Schlag. Den kommt... Und jetzt kommt der hier. Den mach ich fertig, mein Lieber. Den mach ich fertig. Du kommst mir nicht hier weg. Den mach ich jetzt kaputt. So. Yes. Zumachen, 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 zumachen. Jetzt das Gel hier rumschmieren. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Ich bin ein Gott. Ich bin ein Meister der schnellen Hand. Der schnellen rechten Hand. Das hört sich so verkehrt an. Aber ganz ehrlich. So schnell kann ich auch wichsen, wie ich hier Leute zu machen kann. Ich hab's geschafft. Gute Arbeit, Dr. Stiles. Ja, dankeschön. Meine Hand tut weh. Alter. Hammermäßig. Hammermäßig, sowas. Los. Gib mir... Gib mir das C. Gib mir das C für Praktikant. Was? Geil. A für Experte. Yeah. Hm. Wie es scheint, ist auch der Junge noch das Alts über sich hinausgewachsen. Ich weiß. Es ist schwer, Derek. Aber bereiten Sie sich auf den nächsten Patienten vor. In Ordnung. Alter, noch ein Patient. Ich möchte aber nicht mehr. Ich hab grad eben schon fünf Patienten zugenäht. Noch ein... Ja. Klatsch mir gleich eine Operation hinterher. Dankeschön. Gib mir noch nie mal eine Pause. Oh, ich kann kotzen. Hauptstraße. Immer noch. Lass mich raten, jetzt darf ich zehn machen. Wir haben ein Problem im Umkreis unserer Quarantänegebiete. Brechen Leute zusammen. Ist es gilt? Die Testergebnisse sind noch nicht da, aber die sind immer nachts zu urteilen. Sie sollten Ihnen auf jeden Fall umgehen helfen. Anweisung des Generaldirektors. Wir sind schon unterwegs. Ich mag das Geräusch. Hey Mann, gut, dass du da bist. Wie sieht es aus? Die Testergebnisse sind positiv. Kein Zweifel, es ist Geert. Aber die Symptome sind völlig anders. Es könnte ein ganz neuer Stamm sein. Und wenn du mich fragst, ich glaube, die Biester verbreiten sich über die Luft. Über die Luft? Wir müssen bei der Behandlung unbedingt Gewebeprobe sammeln. Dieser neue Guild-Typus darf sich nicht ausbreiten. Das wäre eine Katastrophe. Wer kommt da denn jetzt? Ich habe die Polizei informiert. Sie weiten die Sperrzone aus. Gute Idee, Leslie. Wir müssen den Schaden begrenzen, wo es nur geht. Jetzt bist du am Zug, Derek. Gegen den neuen Typus habe ich keine Chance. Ich kümmere mich besser um unseren klassischen Guild-Fälle. Viel Glück, Mann. Ja, viel Glück auch mit deinen Patienten, Arschloch. Schaffe ich mit Links! Vogler, Vogler. Hallo, Vogler-Hug. Oh, Gott. Tritti. Was ist Tritti? Hört sich an wie Titti. Hallo, Tritti. Körper entdeckt, toll. Wir haben ein Tritti-Guild. Laut unserer Analyse haben wir es mit einer multi... multierten Form des Tritti-Stamms zu tun. Ja, Tritti. Der Typus, den wir in Afrika behandeln. Oh, nein. 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 Tritti. Warum muss es unbedingt Tritti sein? Vergiss nicht, die Dämpfer aus dem Stacheln abzusaugen. Ja, wenn die Skipps nicht auch mal... Okay, wir haben fünf Minuten Zeit. Das ist ja toll. Ich wünsche dafür hätte ich zehn Minuten. Hallo, Tritti. Ich nehme gleich schon mal mein Siegel. Ich meine Siegel. Und ficke dich jetzt sowas von ordentlich weg. So, erstmal alle Stacheln rausziehen. Das ist das Wichtigste. Ich muss das jetzt... Ich muss das schnell machen. Hallo, ich lasse es doch nicht los. Bei mir geht die Halle in der Hand abflöten. Ist richtig. Du musst dich vorsichtig sein. Ja, nein. Ich kann es nochmal machen. Ich kann es gleich nochmal machen. Ohne heilende Hand kriege ich den Tritti-Stamm nicht weg. Das kann ich jetzt schon sagen. Weil ich habe es damals schon probiert ohne heilende Hand. Und es geht einfach nicht. Dafür brauche ich wirklich die heilende Hand. Ja, ist ja gut. Bla, bla, bla. So. Heilende Hand. Heilende Hand. So, und jetzt schnell. Ich lasse... Meine Fremd... Hallo. Ha. Nein. Nein. So geht das einfach nicht. Meine Wii-Fernbedingung spackt. Mein Gott. Und jetzt ist mir... Ja, jetzt ist mir mein Mikro noch runtergefallen. Ja, das ist ja noch ganz lustig. Mein Gott. Ich kriege hier echt zu viel. Da kriegt man zu viel. Zu viel. So. Ja, Entschuldigung. Ich muss das jetzt gerade hier wieder kurz einstellen. Weil mir das scheiß Mikrofon ja eben weggeklappt ist. Oh Gott in Himmel. Gott in Himmel. Gebt mir bitte doch einfach mal ein bisschen Glück. Ja, es ist Tritti bla bla bla. Es ist Tritti titi 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 lalalala titi tritti. So, okay, machen wir nochmal ab. So, jetzt muss es aber gehen. Ist richtig. Ich zitter ja auch gar nicht. Nein. Ich zitter gar nicht. Ich habe jetzt schon wieder zu lang gebraucht. Ich habe jetzt schon wieder zu lang gebraucht. Ich habe jetzt schon wieder zu lang gebraucht. Und jetzt. Ich habe jetzt schon wieder zu lang gebraucht. Egal. Ich mache jetzt einfach. Ich habe ja Zeit. Ich brauche auch ja kein Sch... Nö. 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 Seh ich nicht ein. Seh ich nicht ein. Das seh ich nicht ein. Let's begin the operation. Das finde ich auch cool. Aber die wachsen nach. Das finde ich wiederum uncool. Ja, okay, cool. Ich muss die heilne Hand benutzen, aber wenn sie nicht will, ist auch gut.